Hey und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn es gibt mal wieder sehr, sehr viele spannende News rund um Apple, unter anderem zum iPhone 13, zu den iPads und auch etwas zu iOS 15, all das und vieles mehr in der heutigen Folge. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Starten wir hier als erstes mit dem Thema iPhone 13 und jetzt um diese Zeit sind auch in den vergangenen Jahren immer so die ersten Dummies im Internet gezeigt worden und das finale iPhone-Design kam denen von den Dummies da schon wirklich sehr, sehr nah und so ist es auch in diesem Jahr. Also das Design wissen wir noch nicht, wie es final aussieht, aber die Dummies sind jetzt zu sehen und zwar sieht das Ganze so aus. Das Ganze kommt vom japanischen Apple-Blog Mac Otakara und die haben dazu auch ein Video gemacht, das kann ich euch gerne auch nochmal unten verlinken, aber schauen wir uns doch hier erstmal die Notch etwas genauer an. Das habe ich ja auch schon in den letzten Wochen schon so ein bisschen thematisiert, dass man wohl davon ausgeht, dass die Notch in diesem Jahr so ein bisschen schrumpft, denn wir haben immer noch dieselbe Größe der Notch wie vom ersten iPhone mit Notch, also vom iPhone 10. Das kam vor ein paar Jahren auf den Markt, da hat sich eigentlich gar nichts verändert, aber naja, vielleicht sehen wir ja in diesem Jahr hier mal so ein bisschen was Frisches, Modernes. Und das Ganze sieht man hier auch schon so ein bisschen beim Dummy, hier seht ihr es nochmal im Vergleich zur aktuellen Notch. Die ist einfach so ein bisschen schmaler gehalten, es gibt ja auch ein paar Zahlen und zwar soll sie 8mm, also gute 8mm kleiner sein, also weniger breit und ja, ist natürlich jetzt nicht viel andere Smartphone-Hersteller im High-End-Bereich, haben schon gar keine Notch mehr oder eine kleine Punch-Hool-Notch, eine Water-Warp-Notch, aber Apple hat immer noch die sehr, sehr große Notch. Liegt natürlich auch daran, dass Face-ID verbaut ist, was halt wirklich nochmal, glaube ich, ziemlich viel Platz in Anspruch nimmt. Bleiben wir jetzt bei der iPhone-Notch und wie gesagt, die fällt so ein bisschen schmaler aus. Ich habe es in der letzten Episode auch schon so ein bisschen thematisiert und zwar soll wohl die Hörmuschel nach oben wandern. Das sieht man hier auch nochmal ganz gut und die Kamera soll von der rechten Seite auf die linke Seite wandern. So kann man hier auf jeden Fall nochmal so ein bisschen Klatsch sparen und es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir dieses Mal so ein bisschen was Frisches sehen, so eine neue Notch. Ansonsten designtechnisch wird sich wohl beim iPhone 13 gar nicht so viel ändern. Das deuten auch die Dummies drauf hin. Hier seht ihr das Ganze auch nochmal von der Rückseite. Aber es sind natürlich Dummies, das ist jetzt nicht das finale Design und so weiter. Da kann sich noch sehr, sehr viel ändern. Dann gibt es noch etwas Neues, was auch schon sehr, sehr viel diskutiert wurde und zwar 120 Hertz. Kommt es oder kommt es nicht? Wann kommt es? Das weiß man natürlich noch nicht genau. Es gibt hier wie immer zu allem nur Gerüchte. Und hier gibt es neue Berichte von DigiTimes, die erfahren haben, dass sowohl Samsung als auch LG und BOE an der Panelfertigung für das nächste iPhone arbeiten sollen und auch Samsung und LG wohl die Fabriken umbauen sollen auf ATPO-Fertigung. Also ein ATPO-Display deutet dann natürlich auch auf 120 Hertz hin. Das klingt doch auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir in diesem Jahr 120 Hertz sehen werden oder vielleicht doch wieder nur 60 Hertz. Das wäre aber, glaube ich, schon ziemlich peinlich, wenn immer noch kein 120 Hertz-Display verbaut wäre beim iPhone, gerade bei den Pro-Modellen. Das ist einfach schon Standard im Android-Bereich, vor allem im High-End-Bereich. Also da muss Apple, denke ich mal, auf jeden Fall nachziehen. Ein weiterer Vorteil von ATPO-Displays ist natürlich, dass sie deutlich stromsparender sind als halt die aktuellen Panels. Man geht ungefähr davon aus, dass es so 15 bis 20 Prozent stromsparender ist und gerade natürlich in Verwendung mit 120 Hertz ist das hier natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Kommen wir aber jetzt zum heutigen Sponsor des Videos und das ist mein absoluter Lieblingspartner, wenn es rund um Cases oder Apple Watch-Armbäder geht. Genauer gesagt, natürlich, ihr könnt es euch denken, Bandwerk. Ich habe euch schon einige Armbäder für die Apple Watch oder auch Cases fürs iPhone gezeigt. Hier zum Beispiel die Case aus Nappa-Leder. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Hier gibt es jetzt etwas sehr, sehr Cooles und zwar könnt ihr euch die Cases personalisieren. Hier könnt ihr zum Beispiel ein Monogramm auf die Rückseite packen. Es gibt auch verschiedene Schriftarten, die ihr auswählen könnt. Ich muss sagen, ich finde diese hier ganz schön. Und des Weiteren habt ihr auch die Möglichkeit, hier ein Travel-Icon hinzuzufügen. Da gibt es auf jeden Fall richtig schöne, zum Beispiel aus Barcelona, London, Paris. Ich muss sagen, mein Favorit ist hier von Los Angeles. So könnt ihr euren Cases auf jeden Fall nochmal einen coolen, individuellen Look verpassen. Habt jetzt keine Standard-Case, die sonst jeder hat, sondern was ganz Individuelles. Also das ist auch mal super, super schön. Checkt das Ganze doch gerne einfach mal aus. Die Links natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Weiter geht es dann mit dem nächsten Thema und das geht um iOS 15. Vor Kurzem hat Apple ja die Ankündigung rausgehauen, dass Anfang Juni wieder die WWDC, also die World Wide Developer Conference, stattfindet. Auch wieder digital wie im letzten Jahr. Und da wird ja unter anderem auch das neue iOS-Betriebssystem, also schlussendlich iOS 15 präsentiert. Jetzt gibt es aber noch was ganz Interessantes. Und zwar vor wenigen Tagen gab es ein Update für zwei iOS-Apps. Und zwar zum einen für Apple Music für Artists und für die App Store Connect App. Da hat sich etwas verändert beim Design und wir sehen das Ganze hier einfach einmal. Also ihr seht schon, wir haben so ein bisschen einen 3D-Look bei den App-Icons. Ja, also das deutet doch vielleicht auch auf ein Redesign von iOS 15 hin, oder? Könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreiben? Vielleicht ist es ja auch gar kein Hinweis darauf. Aber ich denke mal, dass wir hier gerade in iOS 15 etwas sehen werden. Gerade bei den Standard-Apps natürlich, dass wir hier so ein paar Redesigns haben. Wir haben es auch schon bei Apple Big Sur, also bei dem Mac-Betriebssystem gesehen, dass die Eicons hier so ein bisschen einen 3D-Look haben. So ein paar Schatten wieder mit drin sind. Nicht ein komplett flaches Design, wie es halt vorher der Fall war. Es ist nicht mehr lange bis zur WWDC und ich werde euch da natürlich auf den Laufenden halten. Und dann werden wir auch gemeinsam iOS 15 so ein bisschen auschecken. Weiter geht es dann mit dem Thema iPad. Genauer gesagt um das iPad Mini der sechsten Generation. Und natürlich auch um die neuen iPad Pros, die wahrscheinlich auch noch in den nächsten Wochen auf den Markt kommen werden. Hier stellt sich natürlich die Frage, wann ist es soweit? Wir haben kein März-Event gesehen. Wir haben noch keine Ankündigung für ein App-Event. Vielleicht kommt es ja noch in nächster Woche. Ich bin da so ein bisschen skeptisch. Ich denke, wo eher, wenn, wird das Ganze mit einer Pressemitteilung veröffentlicht. Also die neuen Geräte werden dann nicht in einem Event präsentiert, sondern es kommt einfach eine Pressemitteilung. Hier, das sind die neuen Geräte. Check das Ganze aus. Und hier gibt es jetzt einige News rund um die neuen iPads. Und zwar kommen diese von Sony Dixon. Dieser hat nämlich Dummies gezeigt, wie die nächsten iPads aussehen sollen. Also das sind jetzt keine funktionierenden iPad-Modelle, sondern die sind aus Kunststoff gefertigt, basierend auf CAD-Zeichnungen von dem womöglichen Design des neuen iPads. Und hier haben wir sowohl das iPad Mini als auch die iPad Pros in den beiden Displaygrößen. Und das sieht eigentlich vom Design auf den ersten Blick nahezu gleich aus von dem der aktuellen iPads. Und hier wurde ja auch so ein bisschen vermutet, gerade beim iPad Mini, dass wir hier ein Redesign sehen werden. Also, dass der Home-Button wegfällt und somit auch das Display halt größer werden könnte. Das hat unter anderem auch Ming-Chi Kuh gesagt. Laut dem aktuellen Dummy-Bild sieht das allerdings nicht so aus. Klar, das Ganze ist ein Dummy. Das heißt noch nicht, dass es wirklich final so aussehen soll. Und gerade bei der Vorderseite sind die Dummies nicht immer up-to-date. Also, das heißt noch gar nichts, würde ich sagen. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das aktuelle iPad-Design einfach noch so weitergeführt wird und wir vielleicht erst im nächsten Jahr ein Redesign sehen werden. Ist natürlich die Frage für Apple, lohnt es sich hier ein komplett neues Design auf den Markt zu werfen oder reicht das aktuelle Design aus? Für uns als Konsumenten ist es natürlich immer ganz cool, was Neues zu haben. Aber, naja gut, man weiß ja nie, was alles dahintersteckt. Das war es dann jetzt auch schon wieder von dem heutigen Video. Ich hoffe, es waren ein paar spannende News für euch dabei. Schreibt gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, macht es gut, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert mich unten, um keine weiteren Videos zu verpassen. Also, haut rein. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.